Flo, bist du bereit? Ja, ei, ei, Paule. Geht das nicht lauter? Ei, ei, Paule! Wer macht einen Podcast? Nicht unter mehr. Richter und Ruhe sind heute müde und ein bisschen krank und zwar sehr. Richter und Ruhe. Ja. Und mit diesem wunderschönen, ganz schlechten Spongebob nachgemachten Intro. Ja, willkommen zur zwölften Folge Richter und Ruhe. Hallöchen. Hi. Von den zwei müden Kriegern, wie man so schön sagt. Flo hat eine anstrengende Schicht hinter sich und ich hatte heute zwar einen freien Tag, aber ich werde krank und bin jetzt eigentlich schon seit über 17 Stunden auf dem Bein. Hey, nice. Ei, ei. Ach so, ich war wieder. Oh. Ja, trotzdem lassen wir uns nicht nehmen. Nehmen wir jetzt extra für euch noch einen Podcast auf, weil unser wöchentliches Ritual wollen wir schon beibehalten, weil es doch ein bisschen gut tut, einfach mal sich eine Stunde, wenn es geht, ein bisschen abzulenken und joa. Genau. Und noch eine Sache, bevor wir es wieder am Ende der Folge machen. Wenn ihr Vorschläge habt für Themen, über die wir reden sollen, haut ihr unter die Kommentare des Videos, dann können wir die mal nächstes Mal besprechen. Und bevor wir jetzt vergessen, Spoiler Alert für irgendwelche Dinge, die eventuell vielleicht im Kino, Fernsehen und oder sonst wo laufen. Wir haben keine Ahnung, aber Spoiler Alert. Spoiler Alert. Also wenn ihr sowas wie Serien guckt, Internet oder YouTube, dann fühlt euch gespoilert. Es kommen Inhalte. Es kann sein. Ich habe so Flo gerade schon in der Vorbesprechung gesagt, ich habe zwar ein Thema, aber es ist die Frage, wann wir da wieder zu Serien und Filmen abdrücken. Also ich habe auch noch eine mini kleine lustige Story, was vor zehn Minuten passiert ist. Ja, dann fang doch mit der an, wenn die schon mini klein und lustig ist. Sollen wir damit anfangen? Dein Penis, was? Entschuldigung. Ich wollte eigentlich über deinen Penis sprechen, aber gut. Ich dachte, wir reden über deinen Penis. Nein, so lange haben wir nicht Zeit. Ach ja. Wir haben ein bisschen klitzig, ein bisschen Zeit, um über unseren Verein Mikropenis e.V. zu reden. Ja, genau. Also wenn ihr so etwas unterstützen wollt. Ja, es fängt schon wieder. Penisvergrößerung durch Bauchfett. Hallo, ich habe 15 Jahre lang auf 35 Zentimeter trainiert. Ja, das habe ich dir doch mal geschickt oder so. Irgendwann mal. Naja, also ich bin mit dem Hund spazieren gegangen jetzt noch. Kurz ein bisschen frische Luft snappen, bevor der Scheiß hier losgeht. Und an einem ganz speziellen Haus bei mir im Wohnort fängt der Hund jedes Mal an zu bellen. Aber jedes Mal. Also zu knurren und bellen. Als ob er wüsste, wer da drin wohnt. Und das war halt wieder der Fall. Und der Besitzer vom Haus hat seit kurzem auch einen Hund. Und der hat dann natürlich zurückgebellt. Ich bin mit dem Hund weiter und auf einmal steht der Kerl im Türrahmen. und schreit mir halt hinterher, die Drecks-Töle und alles. Und habe ich gesagt, sorry, das ist nicht böse gemeint, er findet einfach Nazis scheiße. Das ist ein Ortsnazi. Der Dorfnazi ist das. Ah, okay. Ich fand er nicht so lustig wie ich. Und ich bin weitergelaufen und der läuft mir hinterher. Ich habe dann, als der Hund stehen geblieben ist, habe ich mich umgedreht und habe gesehen, dass der mir da hinterherläuft. Ja. Ja, ich habe ihn dann gewarnt, dass wenn er mir weiter hinterherläuft, ich gerne mal die Polizei rufen kann, weil sein Gesicht ist bestimmt bekannt. Und ob ihm das so recht ist, weiß ich nicht. Ich habe dann über meinen eigenen genialen Wortwitz gelacht, bin weitergelaufen. Der ist da stehen geblieben, aber der hat genau geguckt, wo ich einbiege, ob ich da irgendwo wohne. Ich bin dann an meinem Haus vorbeigelaufen, bin noch ein bisschen weitergelaufen, bis um eine Ecke, habe da kurz gewartet, bis ich sicher war, dass er weg war. Ja. Ja, ich habe unseren Dorfnazi geärgert, dass es eigentlich das ist. Und ist es dann wieder rechts? Er war dann rechts um die Ecke gegangen. Er ist rechts um die Ecke gegangen, genau. Um hier mal ein paar Nazis zu paulen. Ja, also ich laufe auch fast jeden Tag um 19.45 Uhr dran vorbei. Okay. 88 Mal. Okay. Okay. Okay, ich wüsste nicht, dass der Podcast jetzt in die Richtung geht heute. Ich habe aber auch noch eine erfreuliche Nachricht. Oh, ey, Paul, deine Überleitung. Ziemlich cool. Die da richtig blitzgescheit. Oh, okay. Ne, und zwar habe ich heute mitbekommen, oder hat Microsoft angefangen, bei Forza Horizon 5 Gebärdensprache einzufügen. Das ist ziemlich cool. Bei Mittelfinger hat das eine Bedeutung? Nein. Schade. Aber es ist ganz cool, wenn man wieder Szenen kommt, wo Leute reden, ploppt halt so ein Fenster auf, wo jemand ist, der dann halt, momentan ist es noch die amerikanische und englische Gebärdensprache zeigt, je nachdem, was du eingestellt hast. Das finde ich cool. Ja. Also die britische und die nordamerikanische, so muss man es korrekt sagen. Kommt bestimmt noch für Deutschland und so weiter. Aber ich finde es halt cool, was Microsoft da generell macht für Leute mit Behinderung, sage ich mal. Weil die haben ja jetzt auch diesen Adaptive Controller vor ein, zwei Jahren rausgebracht, wo Leute die auch mit den Händen nicht den Controller normal halten können oder so spielen können und so weiter. Das ist halt sehr, sehr cool. Und daher ein kleiner Applaus für Microsoft. Ich finde die Idee sehr cool. Der Applaus war mit meinem Kopie. Ja, das ... Was? Ich weiß, ich habe es gehört. Was? Okay. Ja, bestimmt kannst du auch mit deinem Mikropenis mit dem Adaptive Controller spielen, aber das wollen wir nicht sehen. Ich kann mein Handy resetten. Ja, du kannst deine SIM-Karte rausholen. Okay. Leute, das tut es echt leid. Wir sind einfach durch. Es ist spät. Es ist ... Wir haben ein glitzekleines Problem. Ah, okay. Ja, es ist eine dieser Folgen. Ja. Für alle neuen Zuhörer Herzlich Willkommen. Hey, fühlt euch gepault. Falls das jetzt die ersten sechseinhalb Minuten überstanden hat. Ah. Glaubst du nicht, dass irgendwelche neuen Zuschauer sich diese sechseinhalb Minuten überhaupt antun? Ich glaube, die haben abgestaltet, als sie das erste Mal Mikropenis gehört haben. Hm. Da fällt mir vielleicht noch eine lustige Sache ein. Hat lustigerweise was mit Mikropenisen zu tun. Okay. Und zwar, äh, in der Zeit vom Kalten Krieg hat die USA den ... Es wurde nie umgesetzt, aber ich finde einfach, die Idee ist so lustig. Die haben, äh, den Plan gehabt, XXL-Kondome in der Größe, also in Normalverpackungen zu pressen, die über Russland abzuwerfen, um die einzuschüchtern. Okay. Ich finde einfach, die Idee ist so geil. Wie können wir den Willen, äh, das Feindesbrechen, wir werfen große Kondome ab und sagen, die wären normal. Und ich versuche das jetzt die ganze Zeit in irgendwelchen Konflikten, also diesen Gedankengang in irgendwelche Konflikte zu bringen. Weil jetzt weiß ich auch, warum die Spartaner, äh, nur in Lederbuchsen gekämpft haben. Ey, wer schüchtert das ihn mit unseren Muskeln ein? Naja. Wahrscheinlich während des diplomatischen Gesprächs hat der mit der, mit der Brustmuskulatur die ganze Zeit getanzt. Aha. Ja, ich höre Ihnen zu. Mhm. Das hier, das mache ich immer. Das mache ich immer. Ich, ich tue es auch jetzt gerade, Paul, nur dass du es weißt. Okay. Wie warst du da mal in Spatiaten? Da drüben ist die Feder zum Unterschreiben des Vertrags. Du bist angespannt mit dem Arm immer. Ah, ich habe jetzt gedacht, du meinst das aus, ähm, meine Frau, die Spartaner und ich. Ah, ihr seid ein sehr offener Gesellschaft. Ja, die Frauen werden abgeklatscht. Klatsch, klatsch. Und die Männer werden mit einem Zungenkuss begrüßt. Okay. Der Film war so doof, auch irgendwie so gut. Ich habe den Film einmal gesehen und erfolgreich verdrängt. Der Pinguin am Anfang war gut, anstatt ein Wolfenpinguin. Ja, stimmt. Kannst du von ihm klicken? Ja, ja. Ja, er war schon herrlich doof, der Film. Sie haben vielleicht 10 Millionen. Und schon sind wir wieder beim Thema Filme. Yay. Wir haben vielleicht 10 Millionen Krieger. Verdammt, das war echt nur eine Frage der Zeit. Aber wir haben eine CGI-Armee von 4 Millionen Spartaner. Ja. Tut mir leid, dass du beide Augen verloren hast. Ja, macht nichts. Die Götter haben mir ein drittes Geschenk. Nein, das bist nicht du, das ist er. Wer? Genau. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Nein, worüber ich heute eigentlich sprechen wollte, war das Thema Hobbys. Und zwar, was für Hobbys hatten wir schon mal? Was machen wir gerade? Und was wollen wir vielleicht auch gerne machen? Ja, du findest gut. Stimmt, ja, ist gut. Ja. Au. Au ist ein Hobby? Das musst du mir näher erklären. Wie funktioniert das? Ich wollte mich am Kopf kratzen und habe mir versehen, nicht mit der Faust gegen den Kopf. Gut, okay, vergessen wir es. Ja, es ist jetzt in der Aufnahme nach 22 Uhr. Hier kommt Flo's BDSM-Stündchen. Es ist 23 Uhr. Ja, nach 22 Uhr, habe ich gesagt. Reicht ja schon. Hier ist die Uhr richtig. Ah, nein. 23 Uhr, 16. C fix. Nicht digital, analog. Ah. Okay, wir wissen also schon, was ein Hobby von Flo ist. Uhrenschlagen. Du bist zum Gong. Du bist an der Atom-Uhr, warum läufst du nicht richtig, du Sau? Du, das wird mal lustig mit unserer Generation. Kennst du den Demenztest? Bitte was? Es gibt den Demenztest. Dann kannst du ja, guckt, gebt wirklich mal ein bei Google Demenztest und macht ihn mal selbst. Ich sag's euch, ihr verkackt. Dann dauert der? Das dauert vielleicht 5 Minuten. Neun von zehn von euch verkacken. Okay, ich mach ja mal schnell. Da ist unter, also zum Beispiel ist da auch noch dabei, du sollst eine Uhr malen. Du kriegst zum Beispiel gesagt, malen sie eine Uhr und 12.15 Uhr sollst du die Zeiger stellen. Also unsere Generation wird das nicht mehr hinkriegen. Wir malen Digitaluhren einfach. Das weiß ich jetzt schon. Ist das eine Uhr? Ist das eine Uhr? Hä? Ja, das ist eine Uhr, genau. Da sind aber auch so bescheidere Dinge dabei. Ja, wie ist denn das Wetter heute? Da gucke ich aus dem Fenster. Sonnig. Was ist denn das für ein Ding? Dann soll ich nicht aus dem Fenster gucken. Ja, sie sitzen vor dem Fenster. Also momentan ist es dunkel. Momentan ist es dunkel. Ja, nee, also was meine Frage war, die erste Frage jetzt meines Themas, was hattest du mal für Hobbys? Was ich mal hatte als Hobby? Ja, es gibt bestimmt Hobbys, die du mal gemacht hast als Kind oder Jugendlicher, die du vielleicht jetzt nicht mehr machst. Ja, tatsächlich. Wo ich tatsächlich viel Spaß hatte, war Münzen und Geldscheine aus verschiedenen Ländern zu sammeln. Weil ich mich einfach unheimlich für Geschichte interessiere und weil es teilweise echt lustig ist. Ach, du warst die Vorlage für Nathan Tracker. Ich verstehe. Das passiert auf meinem Leben. Ich habe mal mein Sparbuch verloren. Dann bist du fett und hässlich geworden. Dann hat der gerade gesagt, wir schauen den Charakter ein bisschen um. Ja, weil die ursprüngliche Story war, dass ich mein Sparbuch verloren hatte. Also, dass die das auf drei Spiele ausweiten, ist ein bisschen eskaliert. Inzwischen fünf eigentlich. Ja, das war ja nicht mehr mit meinem Sparbuch. Nur die, also damit hat es angefangen. Es gibt sogar sechs Uncharted-Spiele, fällt mir gerade ein. Es gab ja noch eins für irgendeinen Handheld. Für die PSP, glaube ich, war das damals. Ein Handheld, würde ich jetzt gerade sagen. Ja. Warte mal, so heißt das. Ist ja, PSP ist ein Handheld. Oh, weißt du, wie ich es gerade, ich wollte es gerade auf Englisch Handheld. Und dann hab, nein, warte mal, das heißt ja oft, oh Gott, nein. Ja, jeder hat verstanden, was du meinst. Lass mich zurück. Okay, also du hast mal Münzen und Scheinig gesammelt aus fremden Ländern, ja. Ein kleiner, also ich hatte teilweise sogar bis vorm, also bis zum Deutschen Reich hatte ich teilweise. Also im Deutschen Kaiserreich hatte ich teilweise Münzen. Okay, das muss man ja differenzieren, welches Deutsche Reich. 65 oder was es war. Schauber. Also das war die älteste. War aber keines, lustigerweise, keine sehr selten. Also die waren nicht viel wert. Ja. Halt auch viel aus dem asiatischen Raum. Ein kleiner Funfact. Die spanischen Münzen mit ihren politischen Führern ändern sich in einer kurzen Zeit ziemlich häufig. Ich möchte nur mal kurz an dieser Stelle erwähnen. Okay. Wie gesagt, ich interessiere mich wahnsinnig für Geschichte. Und da, ja, keine Ahnung, hat irgendwie angefangen. Ich hab eine Yen-Münze gekriegt, hab dann auf irgendeinem Flohmarkt so eine alte Münze aus der DDR gekriegt und dann hat mir das irgendwie, ich fand das super interessant und hatte dann auch wirklich eine ganze Zeit lang so eine kleine Münzsammlung. Keine wirklich wertvolle, aber ich glaub, heutzutage ein paar tausend Euro hätte ich damit machen können, bestimmt. Scheiße, dass ich die weggegeben hab eher. Ist doch immer so, ne? Da gibst du immer als Kind der Jugendliche das Zeug, weil du denkst, der ist noch nicht so viel wert oder war halt einfach nicht mehr dran hängst und Jahre später so, was? Fünf Euro? Ich hätt mir einen Döner kaufen können mit Käse. Verdammt. Jetzt hab ich Hunger und hab keine Ersparnisse. Super. Ja, aber sonst muss ich tatsächlich bei mir sagen, Groß-Hobbys, die ich heute nicht mehr mache, hab ich gar nicht viele. Also Zocken hatte ich schon immer gerne gemacht. Das sind so ein paar Hobbys, die hab ich früher mal gemacht und hab ich jetzt auch wieder angefangen. Also nicht jetzt, aber vor ein paar Jahren und üb die jetzt immer noch aus. Aber Hobbys, die ich mal gemacht hab und nie wieder gestartet hab, wie gesagt, fällt mir jetzt grad auf die Schnelle nur das mit den Münzen ein. Das reicht doch. Doch. Ist doch auch ein Hobby. Ob man das jetzt als Hobby bezeichnen kann, weiß ich nicht. Wir waren auch eine kleine Clique. Nein, was anderes. Wir waren eine kleine Clique gewesen und wir sind gern halt, wir waren halt echt viel im Wald unterwegs. und wir hatten im Wald ein Versteck, wir haben immer gesagt, unser Club und haben da dann halt auch wirklich, wir haben wirklich gebaut, also Baumhäuser und sowas im Wald. Wir haben sogar so eine kleine Hütte in einen Hügel reingebaut, also Mini-Hobbys, als Hobbys waren wir Hobbits. Das hat mir halt echt lang gemacht. Habt ihr euch dann eigentlich auch Haare auf die Füße geklebt? Nein, die sind dann irgendwann von selbst gewachsen. Das war dann eine sehr favoritende Zeit. Aber das ist so eine andere Geschichte. Dann kam die Pubertät und Mädchen. Ah, ja, ja. Aber nur mit Haaren auf den Füßen. Was? Ja, muss ja alles, muss ja alles da bleiben, wo es herkommt, ne? Was? Was? Ja, okay. Wie gesagt, es ist spät. Ich werde krank. Wir sind es schon. Ne, also was ich mal als Hobby hatte, als Kind, also ich hatte als Kind, eigentlich als große Hobbys, immer nur Sportsachen, fällt mir gerade ein. Nein, das habe ich schon immer kategorisch abgelehnt. Man sieht's. Ja. Ne, als Kind, mein erster richtiger Sport war dann eigentlich Judo, was dann so ungefähr zehn Jahre später nochmal angefangen hat und zwischendrin dann für knapp sieben Jahre war es Handball. Was ist denn das für ein Kampfsport? Ich habe einen kleinen Ball genommen und die hat in die Fresse gehauen. Mit der Handkante. Paul, flache Hand. Ja. Das ist doch richtig. Ja, nicht mit der Handkante. Hör auf den Ball zu Spalten. Doch, doch, den habe ich dann auf die Leute geworfen, nachdem sie auf dem Boden lagen. Das ist gut. Durch die Leute. Ich hatte als Kind lange Zeit schon gemacht, tatsächlich. Aber das hat mir nicht so einen Spaß gemacht, weil unser, also das erste Jahr war super und dann hat aber leider unser Lehrer gewechselt und das war so ein Vollidiot, der hat das einfach nicht so vermitteln können, dass es einem Spaß macht. Nein, das ist immer schlecht. Ja, und dann hatte ich auch echt, dann war das für mich nur noch gezwungen, damit man halt, je weiß wie es ist, als Kind irgendwas machen. Ja, ja. Deswegen habe ich auch eine kaputte Kniescheibe durch Fußball, weil mich so ein Vollidiot böse gefault hat. Bis heute Probleme. Vielen Dank dafür. Mit sechs Jahren. 1a. Sechs Jahre hat das Knie kaputt, geil. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, nee, ja. Genau, und dann habe ich wieder mit 17, 18, wieder mit Judo angefangen. Und die waren verwirrt, weil du Bälle einsetzt. Ja, ja, das war mein Jutsu des fliegenden Lederballs. haben sie erst gar nicht drauf, klar. Du hast Hunter x Hunter nie geschaut, oder? Nee, aber da kommt bestimmt sowas vor, wenn du es schon erwähnst. Ja, genau. Kurzer Spoiler für Hunter x Hunter die nächsten 20 Sekunden. Die sind da auf so einer Insel, weil sie meinen, sie wären in einem Videospiel, sind aber nur auf eine andere Insel teleportiert worden, müssen dort Aufgaben erledigen und dort machen sie wirklich ein Handballspiel, wo der Chef aber so hardcore ist, dass wenn der einen Treffer macht, dass der auch einen enthauptet mit dem Ball. Okay. So hart war es bei uns nicht. Aber was ich noch gemacht habe, was ich gerade noch, was ich auch noch gemacht habe, war glaube ich neben dem Handball dann noch so für zwei Jahre noch ein, zwei Mal die Woche Tischtennis spielen. Mit der Hand. Ja, 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 weil wir konnten uns keine Schläger leisten. Da mussten wir uns verdienen. Mit Blut Tonnen Schweiß. Ja, ich vermisse den Jonas immer noch. Aber naja. Jetzt ist seine Haut das Netz. Klar, ich kriege immer gesagt, ich bin der Kranke hier. Bei mir eskaliert es immer. Ja, jetzt dann ist seine Haut das Netz. Ja, schon. Er ist immer noch so schön weich. Oh ja. Seine Augen sind sehr wunderbar über den Tisch gesprungen. Okay, jetzt wird es krank. Jonas hatte einfach bloß eine Hauttransplantation. Wir haben die alte Haut halt hergenommen. Du kranker Bastard. Die Ganzkörperhaut Transplantation. Warum? Ja. Wir hatten halt ein Netz. Ne, genau. Dann habe ich Tischtennis gemacht. Wie gesagt, dann habe ich wieder mit ja, so acht, 17, 18. Ja, gut, dann habe ich mit jetzt muss ich überlegen. 17 habe ich dann glaube ich angefangen mit Fitness. Genau, und dann auch eineinhalb, zwei Jahre später wieder mit Judo. Da hast du anstatt, da hast du jetzt Tischtennisbälle anstatt Volleybälle benutzen. Da waren sie auch verwirrt. Paul, wir haben ja das andere erst abgenommen, fährt auf mit dem Scheiß. Genau. Und, ne, wie gesagt, dann habe ich halt parallel zum Fitness und Judo ein paar Jahre später mit MMA angefangen. Habe dann in der Zeit dreieinhalb Jahre MMA trainiert, habe dann im Judo mehr oder weniger aufgehört. Fitness habe ich nach wie vor weitergemacht, natürlich. Wie war denn dein Kämpfername? Der Handballer. Nein. Der Mini-Winni. Der Mini-Winni. Nein, ich hatte keinen Kämpfername. Ich hatte nur einen Amateurkampf, den habe ich zum Glück nach Punkten gewonnen. Und danach war irgendwie die Luft draußen, dreieinhalb Jahren MMA-Training. Und jetzt habe ich wieder vor knapp fünf, sechs Wochen angefangen und habe eine Menge Menge Spaß dran. Weil jetzt geht es für mich mit 30 Jahren einfach momentan um nichts, außer die Jungs, die da trainieren. Einfach ein bisschen zu helfen. Kurze Frage, nach Punkten gewonnen. Also du hast die meisten Aufstiege gehabt. Ja, genau. Weißt du, wie schwer das ist, mit den kleinen, dünnen Handschuhen vernünftigen Aufschlag hinzukriegen? Während so ein Typ versuchte ich die ganze Zeit zu schlagen. Ich weiß gar nicht, was der da wollte. Ja, und vor allem das Netz, das war auch nicht in der Mitte, sondern um uns rum. Mit einem Durchmesser von acht Metern. Das war echt komisch. Und wir hatten auch nur Unterhosen an. Bist du dir sicher, dass das richtig war? Nicht, dass du in irgendeine Orgie reingeraten bist? Es haben 200 Leute bei zugeschaut. Das war schon ein bisschen pervers. Das war wirklich vielleicht so eine Orgie. Da wollte ich bestimmt auch immer packen, oder? Und auf den Boden drücken. Ja, ja, aber irgendwie hat er dann gemerkt bei der Halbzeit, ich kriege keine Luft mehr. Irgendwas habe ich richtig gemacht. Wahrscheinlich hat er dich dann mal verschluckt. Vielleicht. Boah, es gab es doch früher mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es immer noch gab, gab es doch Schachboxen. Weißt du, wo sie doch erst eine Runde Schach gespielt haben? Sie haben nur einen Schach und haben sie sich geboxt eine Runde, haben sie wieder Schach gespielt. Was? Das würde ich machen. Doch, doch, das gab es auf jeden Fall. Ob es es immer noch gibt, keine Ahnung. Also ich kann keinen Schach. Das gleiche machen wir jetzt mit MMA, nur dass die sich erst mal eine Runde aufs Maul hauen und dann in der Runden Pause die Minute Tischtennis spielen. Das ist ein Ladebildschirm. Das ist das Minispiel. Also Tischtennis. Ding, 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 ding. Okay, jetzt geht es aufs Maul. Raff, er hat noch die Kelle in der Hand, er hat die Kelle in der Hand, halt das Maul. Kämpft. Er macht einen Aufschlag mit meinem Kopf. Der Mann ist halt noch im Modus. Oh, jetzt ein Doppelschlag auf Ball zwischen die Beine. Was? Doppelschlag auf Ball. Doppelschlag auf. Doppelschlag auf. Was? Okay. Okay, 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 es trifft ab. Ja, das ist gerade so mein Hobby. Natürlich zocken halt nebenbei, ist klar. Ja, genau. Und kleinen Kindern ein Hello wie die Tüte wegnehmen, wenn sie von mir was Süßes wollen. Ich meine, ich brauche ja irgendwas, was ich denen geben kann. Warte mal, du raubst von den Armen und gibt es den Arm wieder zurück? Ja. Hm. Hey, der Herr, sie haben uns auf Süßigkeiten geklaut. Ja, ja, warte mal kurz, ich mache die Tür zu, eine Minute später mache ich auf. Da, Süßes. Das ist auch süß, leck's ab. Nein, die Reste sind, äh, die halbe Schokolade habe ich noch übrig gelaschen, ja. Das ist keine Schokolade. Das riecht komisch. Das muss komisch riechen. Das ist, das ist festes Maggi. Oh, oh, das ist festes Maggi. Ah, ja, ja, und jetzt kommen wir noch zum Thema, was für Hobbys würdest du gerne noch machen? Ja, gut, was ist das, also, was ich gerne machen würde, es gibt ja bestimmt irgendwas, wo du sagen würdest, ja, es gibt ja bestimmt irgendwas, wo du sagst, ah, das würde ich gerne machen, aber ich habe keine Zeit dafür oder mir fehlt das Geld? eigentlich gar nicht, das was ich hobbytechnisch mache. Oder gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, okay, das würde ich gerne machen, aber geht nicht, weil körperlich vielleicht, oder? es gibt eine Sache, die würde ich gerne machen, aber da ist tatsächlich eher das Problem, dass es, dass bei mir in der Nähe oder auch ein bisschen weiter entfernt einfach nichts gibt. Ich würde unheimlich gern, äh, Schwertkampf machen. Okay. Ist bei mir nur leider. Das Bogenschießen mache ich ja, unheimlich gerne. Mhm. Äh, aber ich würde auch gerne einen Schwertkampf machen. Also jetzt nicht fechten oder sowas, sondern so richtig, äh, historischen Schwertkampf, aber da ist bei mir einfach nichts. Ja. Hatte ich ja früher mal. Ja, gab's bei mir im MMA Gym mal für ein, zwei Jahre. Er hat sich untergemietet bei uns. MMA-Schwerter? Okay. Nein, der, so ein Schwertkampfverein hat sich bei uns für ein, zwei Jahre untergemietet damals. Das war, das fällt mir noch ein. Ich war als Kind in so einer, also in einer Keltengruppe. Äh, gibt's leider nicht mehr. Wir haben halt wirklich die Kleidung von früher, wir haben auch alles selbst gemacht, wir haben, äh, unsere Ausrüstung selbst geschmiedet, et cetera. Wir haben halt das Leben simuliert und haben halt, sind halt auf Veranstaltungen eingeladen worden. Und wir sind halt von dem, bei mir in der Nähe ist ein Keltenpark, und der, der hat uns komplett finanziert. Und da hab ich halt, äh, auch gelernt, äh, wie man Bögen herstellt, Pfeile und sowas macht. Das war meins. Ich war auch für die Lederverarbeitung zuständig, also, äh, Schuhe, Geldbeutel und so ein Kram. Ähm, und hab da auch ein bisschen Schwertkampf. Ich war halt noch zu jung, um das richtig zu machen in der Gruppe. Die haben da richtig mit Schaukämpfen und alles. Äh, und auch Duelle gegeneinander. Und das, das hat mir immer so Spaß gemacht. Ich mach heute noch unheimlich gerne Schwertkampf. Ich liebe jedes Spiel mit Schwertkampf. Mhm. Wobei, sagen wir das mal, ich tendiere meist zum Schwertkampf, auch wenn ich damit meistens auf die Fresse gehe. Und das würde ich, das würde ich ... Flur, wir spielen Shooter. Ja und? Leg das Schwert weg. Nein. Bei Sword Art Online habt ihr das auch so gemacht. Hey, wir spielen jetzt, äh, nicht mehr Sword Art Online, sondern Gun World Online, oder wie das heißt. Hm, was kaufst du dir für eine Waffe? Hm, guck mal, ein Schwert. Two-Story. Was, was, was für ein Anime war denn das, wo der eine eine Knache in seinem Schwert hat, das weiß ich nicht. Da gibt's doch irgendwas. Ja, gibt's, aber das war, Final Fantasy gab's so was, Gunplate. Oder was, ja, das war Final Fantasy. Ich wusste bloß, irgendwas gab's. Im achten war das. Wo jemand, das kann sein, also ich ... Das war eine geile Waffe. Die gibt's übrigens tatsächlich so in Gunplate. Nicht so, wie's da dargestellt wird, aber es gibt tatsächlich Schwerder mit Schusswaffenfunktion. Na, schlecht. Es gibt auch eine Gabel mit Schusswaffenfunktion, das find ich auch lustig. Mhm. Das ist, also die ist auch groß wie eine Grabe. Es gibt bestimmt alles mit Schusswaffenfunktion. Ja. Ja, das würde ich tatsächlich gerne machen, aber das ist, also der Nächste, wo das macht, das sind etwa vier, fünf Stunden Fahrt von mir entfernt. Das lohnt sich einfach nicht. das ist natürlich ... Nee, das lohnt sich überhaupt nicht. Das ist ja ... Bis einen halben Tag unterwegs, nur für eine Stunde, zwei ... Nee, das ... Nee, das lohnt sich leider nicht. Das würde ich gerne machen, aber das ist auch ... Ansonsten das, was ich gerne mache, hobbytechnisch, mache ich eigentlich alles. Wie gesagt, Bogenschießen, Tabletop mache ich ja wieder, das macht mir unheimlich Spaß. Ja. Zocken natürlich, das ganze Streamingzeug hier, die Podcasts. Ich schreibe ja auch gern, also ich habe auch schon ein paar kleine Veröffentlichungen, ich schreibe jetzt an einem großen Roman. Ja, Flo hat gestern das kleine G gelernt. Das heißt G. G. Und übermorgen kommt das große ... Welcher Film war das nochmal gewesen? Ah, sorry, Satan. Das heißt nicht Satan, das heißt Satan. Ist das ein schwuler Teufel, oder was? Ach, das war bei Ralf Reicht, oder wie der Film heißt. Mit dem Radar, Ralf, diese Videospielverfilmung. Ja, ja, ich habe leider noch gar keinen von den beiden gesehen. also den zweiten habe ich auch noch nicht, aber ich finde den ersten so gut. Das sind so viele Anmerkungen. das höre ich immer wieder, aber irgendwie ... Also, als er damals ins Kino kam, hat er mich halt null angemacht, irgendwie, und jetzt ... Ja, ich habe ihn mit einer Freundin mal gesehen, der hat mir so gut gefallen. Gucke ich heute auch noch gerne. Mal wieder mal. Da sind so viele Referenzen drin. Ja, den werde ich irgendwann mal sehen, wenn er mir bei irgendeinem Streamingdienst über den Weg läuft. Ja, ansonsten Hobbys, die ich gern machen würde. Boah, das ist ... Da bin ich halt auch schwer über ... überfragt. Gut, was ich gern machen würde, das driftet da aber schon ein bisschen leicht einen Nebenjob ab, wäre halt eventuell zwei, dreimal die Woche eine Runde Kampfsporttraining geben. Dann fange auf dem Spielplatz an. Ein paar Sachen halt. Ja. Du musst einfach nur den Kuhlen von der Schaukel schubsen. Dann bist du der Obermacker. Das sind die Spielplatzdränge. Ja. Genau. Und dann bringe ich dir dem Sandkasten tödliche Techniken bei. Genau. Hans-Joachim Jürgen, komm jetzt aus dem Sandkasten raus. Nein, Mutter. Ich bin jetzt ein Mann. Sind sie nicht 90 und der Sohnemann ist 50? Hans-Joachim Jürgen, hör dich auf den Fremden. Wo war das gewesen? Ja, hallo, hier Müller. Ja, guten Tag von Müller. Ich rufe an wegen Ihrem Sohn. Es gibt Probleme in der Schule. Wie? Mein Sohn ist doch Lehrer. Ach, Sie wissen also, worum es geht. Ja, genau. Das gäbe es doch nicht auch noch hier. Nein, Mama, ich möchte nicht in die Schule gehen. Die anderen Kinder mobben mich. Günther, du gehst jetzt in die Schule. Du bist der Direktor. Ja, genau. Ja, ja. Nee, was ich aber ... Ich weiß echt nicht, was ich hobbymäßig sonst noch machen würde. Sagen wir es mal so. Gibt es irgendwas? Das Problem ist ... Ja, okay. Das Problem ist, alles, was ich gern hobbymäßig machen würde, wäre dann eher was, wo ich sagen würde, das würde ich gern beruflich machen. Aber dafür fehlen mir die Skills beziehungsweise da fehlt mir die Zeit, mich da einzuarbeiten. Gibt es irgendwas, was du gern mal machen würdest? Also man sagt ja so was wie eine Bucketlist. Kennst du das? Ja, ja, ich kenne es, aber ... Also kurze Erklärung für die Zuschauer. Eine Löffellist oder eine Bucketlist sind halt Sachen, die man gern machen würde, bevor man den Löffel abgibt. Genau. Hatte ich tatsächlich mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die hier auch in meinem Ordner mit dem Testamenten alles finde. Hm. Ich habe eine Sache, die ich halt machen würde. Das wäre aber kein Hobby. Das wäre wirklich nur, okay, ich streiche das Thema jetzt von meiner Liste ab. Ja, das meine ich auch, du sowas hast. Ein Ding, aber das ist halt einfach finanziell teuer. Viel Geld ausgeben. Da wird bestimmt ein mittlerer ... Ja, mindestens ein mittlerer, fünfstelliger Betrag fällig dafür, dass ich das so machen kann, wie ich will. Das ist aber kein Pferd, das am Horizont entlang reitet, oder? Nein. Nee, meine ... Mein Ding ist ... Klein. Ähm, dass ich ... Das sowieso, ja. Nein. Meine Bucketlist wäre eine kleine Weltreise. Nichts Besonders, aber es geht da so um drei Länder, die ich gern besuchen würde. Weltreise, nichts Besonderes. Ja, ey, manche sagen ja Weltreise, ich besuche jedes Land einmal und verbringe ein Jahr in Australia. And after this year, my German is so bad. Ja, Laura, du hast jetzt ein Jahr Au-pair in Australien gemacht. Jetzt geh wieder studieren. Kenn ich tatsächlich jemanden. Da waren ja in Australien, als die wieder kamen, hast du gedacht, was ist mit der los? Ist die vom Känguru geboxt worden jeden Tag, oder? Wahrscheinlich. Warum spricht die so komisch? Ja, nee, also das wäre wirklich ... Das wäre auch eine Sache, wenn es nach nie ginge, innerhalb von einem Monat, sechs Wochen, wäre das Thema spätestens durch. Obwohl, ah, da gibt es noch ein anderes Ding, das kann man aber gleich mit hinzufügen. Das kann man dann sogar reinrechnen, das Ding. Und zwar, wie gesagt, ich würde eine Weltreise machen. Erstes Ziel wäre die USA. Da würde ich gern nach Miami oder nach Florida. Irgendwo habe ich da Bock drauf. Und da würde ich vielleicht sogar dann für zwei Wochen ein MMA-Studio besuchen. Da, wo die ganzen fetten UFC-Profis und so trainieren. Die würdest du dann alle zusammenschlagen und würdest dann wieder ... Wenn ich das könnte, dann wäre ich, glaube ich, nicht hier in diesem Podcast. Wenn ich dieses Talent hätte, Flo. Das ist lustig. So einen ähnlichen Satz habe ich vor ein paar Tagen auch gesagt. Ja. Ja, wie gesagt, da würde ich vielleicht gern trainieren. Dann. Das würde mir auch vollkommen reichen. Weil ich bin kein Typ, das habe ich festgestellt, der da zwei Wochen lang oder eine Woche lang in einer Stadt rumhängt und nur die Stadt besucht. Also ich würde dann lieber echt gern und den Leuten sein. Paul, das kann man nur für alle Studios. Das wäre jetzt ganz cool. Ja, das wäre für alle Studios. Ja. Wie gesagt, da würde ich gern trainieren. Dann würde ich vielleicht sogar in den USA in der Zeit ein UFC-Event anschauen. Das wäre auch geil. Und dann vielleicht noch kurz nach Los Angeles für zwei, drei Tage. Und dann, ja, vielleicht eine Woche Tokio oder generell Japan. Und dann würde ich gern noch Andi, jetzt muss ich überlegen, Ostküste Australiens. Okay. Da gibt es so ein, zwei Örtchen, die ich gern besuchen würde. Und dann wieder zack, nach Hause. Also für mich müsste, wird es wahrscheinlich alles innerhalb von einem Monat sechs Wochen abgehakt. Weil manche sagen, ja, wenn du nach Australien gehst, dann musst du mindestens vier Wochen bleiben, bla, bla, bla. Scheiß drauf, ey. Alles, was da an deinem Blick geht, das würde ich töten. Ja, das ist es. Das würde ich töten oder es ist, ja, oder es nimmt das Essens weg. Ja. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, Australien halten. Eine Woche, zwei, wird mir vollkommen reichen. Hänger müsste ich da, glaube ich, nicht bleiben. Das Anstrengendste an der ganzen Zeit wird wahrscheinlich eher das Rumgefliege sein, weil du teilweise echt einen Tag lang im Flugzeug hockst. Vor allem nach Australien bist du ja fast eineinhalb Tage, zwei unterwegs. Weil du nochmal Zwischenstopp ja wahrscheinlich irgendwo in Asien machst, dann nochmal in Dubai oder so und dann fliegst du nach Hause. Und das würde mir reichen. Das wäre dann meine, meine große Bucketlist. Oh, ich hätte noch ein Ding für eine Bucketlist. Dann wären wir wieder beim Thema USA. Da einfach, ich weiß gar nicht, was längste Urlaubsvisum da ist, aber da jetzt maximal das längste nehmen, wenn es geht und da dann vom Bundesstaat zu Bundesstaat mit dem Leihauto fahren. Einfach mal die ganze USA kreuz und quer besuchen. Einfach was geht. Also was auf meiner List steht, wie gesagt, ich habe mich irgendwann wirklich mal hingesetzt und habe mir hundert Dinge aufgeschrieben, die ich gerne in meinem Leben machen würde. Eins davon war eine Bucketlist erstellen, das habe ich also schon mal geschafft. Man soll mit einem Erfolgserlebnis anfangen. Gut, das war jetzt ein Gag. Das sind zwei Sachen, also wie gesagt, es waren hundert Sachen tatsächlich und zwei Sachen würde ich jetzt auch gerne mal kurz erzählen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben auf YouTube, ob ihr auch so eine Liste mal gemacht habt oder ob es da so Sachen gibt, die ihr unheimlich gerne mal machen würdet und wo ihr meint, das wäre was auf meiner Liste, also auf eurer Liste. Eins davon habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren hart dafür trainiert und auch viel abgenommen, hat dann aber aus liebestechnischen Sachen nicht gepasst. Also meine damalige Freundin wollte es nicht, hatte halt Angst um mich und ich habe es noch nicht gemacht und leider dann nie wieder angefangen. Aber das wäre tatsächlich eine Sache für mich, wenn dieser ganze Corona-Mist-Wahl vorbei ist, die ich gerne machen würde und das wäre Fallschirmspringen. Also mal Fallschirmspringen. Schön ist, ich habe Höneangst und Flugangst. Also die müssten mich einfach abwerfen mit dem Fallschirm. Wissen Sie, wenn es Ihnen jetzt zu schnell wird, geht es hinz die Leine da, gell? Okay. Nicht, die im Flugzeug. Und dann kommt Mrs. Puff von irgendwoher Spongebob durchgefallen. Ich habe jetzt gedacht, wir hatten noch mal Glück, das war der Fallschirm ohne Fallschirm. Genau. Heiße Luft raus. Oder so Konfetti. Nein, tatsächlich, wir hatten damals ja immer so eine Monatsvorschau auf dem Kanal und das wollte ich als Monatsvorschau machen, im Fallschirm kurz sagen, was im Monat kommt. Ja, okay, hast eine Minute Zeit. Ja, so ähnlich, der Boden kommt gleich. Ich habe die Hälfte erst fertig, widelt mit den Armen, wir müssen langsam überfallen. Ja, genau. Das war, weil ich es bei 1080 Nerdscope damals gesehen habe, da haben die das ja auch gemacht. Ja, und die hatten es ja auch ein paar Jahre vorher bei Game One mit den DS-Spielen. Da weiß ich das nicht. Da haben sie irgendwelche DS-Spiele während des Fallschirmsprungs probiert zu spielen. Geil. Da haben sie sich den DS irgendwie auf den Arm geklebt und dann ist er runtergesprungen. Das ist cool. Da kam, ja, ich glaube auch eine der ersten Folgen, weil der DS halt damals frisch rauskam. Wir brauchen eine Idee für ein Video, Fallschirmsprung, alles klar. Ja, mir tun Budi und Simon immer noch leid. Geil. 15 Jahre später, hey. Und die andere Sache, die ich mal gern machen würde, wäre so Käfig tauchen. Entweder mit Haien oder mit Krokodilen. Okay. In Australien tatsächlich ein Zoo, der sowas anbietet. Ja, das würde mich eher interessieren. Ja, bei Haien, das geht mehr am Ozean. Ich habe Angst vor dem Meer einfach, vor den Tiefen. Aber irgendwie trotzdem würde mich das sowas von reizen. Ja, es ist sehr ungewohnt, weil du halt einfach nicht siehst, was da unter dir ist. Das ist ja das. Das macht mich auch so verrückt. Ich habe als Kind mit meinem Vater damals im Urlaub einen Tauchschein gemacht. Ich darf bis 15 Meter oder so selber runter. Ganz geil. Aber es ist schon ganz komisch, wenn du so auf eine Klippe zuschwimmst im Meer und du siehst nicht, wie es weitergeht und dann ist einfach unter dir mal so 10 Meter dunkel. Das ist halt, also, das ist sehr cool. Das ist halt, das ist wie Höhenangst, sage ich mal, kannst vergleichen. Weil dir einfach ein Referenzpunkt fehlt oder weil es ewig weit weg ist, was du siehst. Das ist das. Aber gut, das ist auch bloß Gewohnheitssache, hätte ich gesagt. Aber mit Haientauchen wäre cool, weil Haie an sich ja echt die chilligen Tiere sind, wenn man die jetzt nicht gerade provoziert. Also wenn dich ein Megalodon frisst, dann hättest du aber ein historisches Ereignis erlebt. Also ich hätte erst mal Angst, wenn bei mir mit auf dem Boot der Jason wäre, da würde ich mir denken, oh scheiße, nein, ich gehe nicht in das Wasser. Das geht schief. Meinst du Jason Stefan? Ja, wobei der Megalodon in dem Film ja auch unrealistisch groß war. Habe ich letztens erst noch mal gesehen in dem Film. Ich finde ihn gut. Er ist nicht schlecht, er ist bloß an einer Stelle, wo ich mir dachte, was macht der mitten auf dem Meer, aber gut. Was ich, also ich habe jetzt erst mal erfahren, dass das eine Verfilmung von einem Buch ist. Also eine sehr actionreiche Verfilmung von einem Buch, aber trotzdem. Okay, ja. Und jetzt kommt ja das zweite und das ist das zweite Buch. Ich bin ehrlich, ich habe mal kurz reingelesen, habe mir nur gedacht, okay, Titel passt absolut nicht zu dem, was passiert, aber okay. Okay. Nee, für all diese 200, wie groß war der Megaludon? Ich habe den Film auch gesehen. Megaludon war so um die 20 Meter groß, also, lass mich nicht lügen, das Drei- bis Vierfache von einem weißen Hai ungefähr. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wie groß ein weißer Hai ist. Ich möchte es gerade mal wissen, aber ich glaube, der ist so fünf Meter groß, fünf, sechs Meter. Ich schaue mal schnell. 20 Meter ist der Walhai immer noch. Ja, und der Megaludon ist ähnlich. Und der größte? Ja, viereinhalb bis sechseinhalb Meter weißer Hai. Oh, Megaludon ist tatsächlich kleiner als der Walhai. Ja, ja, irgendwie sowas. Dreimal zu groß als der weiße Hai. Ja, 20,3 Meter wird jetzt hier gesagt, also 16 bis 20 Meter. Du, ich bin ehrlich, vom Walhai habe ich immer Angst. Ich finde die super gruselig. Ja, aber es sind halt friedliche Tiere. Aber es sind halt riesig, klar. Das meine ich einfach, wenn dieses Maul auch aufgeht. Was hast du denn für Quellen? Also bei mir steht Walhai 10 Meter. Moment. Größter Hai der Welt mit bis zu 20 Metern Körperlinge ist der Walhai der größte Hai. Okay, dann haben sie vielleicht ein großes Exemplar gefunden. Hier steht 10 Meter. Egal. Auf jeden Fall Walhai größter Hai der Welt. Größtes Säugetier Blauwal. Der größte Tier überhaupt. Ich lehste gerade weiße Hai. Nahrung, Seehunde, Seeelefanten, Seelöwen. Ich vermute, dass der weiße Hai im Krieg mit der See ist und deswegen alles frisst, was damit zu tun hat. Deswegen ist er auch im Meer und nicht in einem See. Ne, da gehe ich nicht rein, ich mag den nicht. Ich bin, ich mag kein See. Der Bodensee, der ist wunderschön. Nein, 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 nein. Ich bin ein Meerestier, ich gehe in Stein, in den See rein. Ja, und weißt du, Nein. Es gibt zwei Tiere, die die größten Ficker vom Verhalten her sind im Meer. Walkers? Einmal unsere allseits geliebten Delfine. Ja. Die sind auf gut Deutsch sagt richtige Hurensöhne untereinander. So Sachen wie Vergewaltigung, sich gegenseitig Luftlöcher zu halten. Bis man erstickt. Ja, solche Sachen. Was haben sie noch? Am Kugelfisch schnippen, dass sie bekifft sind oder unter Drogen stehen. Das verstehe ich allerdings. Ja, kann ich auch verstehen. Aber die sind halt untereinander richtige Assis zum Teil. Wie die Menschen. Und danach, das ja nicht größte, aber das zweitgrößte Raubtier der Welt der Orca. Ja, das sind Drecksäcker. Das sind auch solche, die dann einfach eine Robbe zum Beispiel nehmen und ein paar Mal durch die Luft schleudern und solche Sachen. Würde ich auch machen mit manchen Leuten, die ich kenne, aber kann ich ja nicht. Ja, und was ist jetzt das größte Raubtier der Welt? Ja, das ist der, im Englischen heißt es Spermvale Potwai, jetzt da. Weißt du, was ich lustig finde? Der ist größer, aber ich glaube nicht so aggressiv wie so ein Orca. Ich habe gerade gelesen, es gibt ein Hai, der heißt einfach nur Riesenhai und das ist nicht mal der größte Hai. Das ist Markenbisches. Riesenhai, wie schaut denn der aus? Ja. Bei denen hätte ich halt echt Schiss, weil ich mir überlege, ich schwimme da lang und auf einmal will der halt seinen Plankton fressen und ich bin halt irgendwie in den Plankton und werde einfach reingezogen. Das überlege ich mir halt die ganze Zeit. Ja, ich glaube nicht, dass der dich verschluckt. Ich habe so ein Foto, da ist er neben dem Menschen, also der Mensch ist ungefähr so groß wie er, wenn er das Maul aufmacht. Aber hätte ich trotzdem Schiss, wenn der auf mich zukommt, auch ohne Zähne. Ja. Lustiger Funfact, Haie haben gar keine Knochen, das ist alles hier Knorpelgewebe. Das Einzige, was wir vom Haien überresten finden, sind die Zähne. Hm. Lustiger Funfact. Merkt man, dass ich das Spiel Many da ein paar Mal gespielt habe? Vielleicht. Ist ein gutes Spiel. Gibt es im Game Pass, habe ich gestern festgestellt. wo durch das ist, aber ein High-RPG. Besser geht es nicht. die Idee ist mega. Ja, deswegen spiele ich es, glaube ich, so gerne. Das ist jetzt mein vierter Durchlauf, den ich gestern angefangen habe. Alter. Ich habe es auf dem PC dreimal durchgespielt, zwar nicht auf der Xbox, aber wenn ich da dreimal durch bin, muss es auf der Playstation sein. Und dann noch auf der Switch. Meine Güte. Nice. Ja, aber ich würde mich freuen, wenn es doch irgendwann mal die Nachricht gibt. Hier, Megalodon gefunden. Aber wird eher unwahrscheinlich. Außer der hält sich irgendwo auf, wo wir Menschen noch nicht hingekommen sind. aber eher unwahrscheinlich. Leider. Wäre aber geil. 20 Meter High. Und dann heißt es, wenn ein Hai auf dich zukommt, hau ihn auf die Augen. Ich überlege mir immer, wer macht das? Hab, hab ich beim Tauchen gelernt, aber dann hau ich lieber auf die Nase. Aber das Gute ist ja an Haien, wenn sie wirklich auf dich zuschwimmen, die können immer nur geradeaus. Heißt, du könntest so ganz leicht zur Seite gehen und dann könntest du ihm zum Beispiel auf die Kiemen hauen. Das sind die auch super empfindlich. Wow, Housekick im Wasser. So in etwa. Ich glaube, das ist der Name der Folge. Wir haben ihn gefunden. Sehr gut. Roundhousekick im Wasser. Ne, aber Hai sind halt echt, weil sie halt über die Nase, glaube ich, vor allem super viele Sensoren und so einen Quatsch haben, weißt. Achso, du meinst, wenn du drauf haust, das tut nicht weh, aber vom Geruch her merkt der Hai gleich, dass du ihm nicht schmeckst. Ne, ne, das ist wie so kleine, ich sage, das soll wieder falsch sein, aber der hat da tausend Sensoren in der Nase. oder eben vorne in seinem Gesicht und deswegen, wenn du ihn mal drauf haust, weiß okay, das ist, geil, ins Gesicht. Wie bitte? Ins Gesicht, die hauen. Geil. Ja, aber dann weißt du einfach, wer der Babbo unter Wasser ist, hoffentlich. Und dann lässt du dich eigentlich in der Ruhe, also Haie schnappen ja nur nach Menschen, weil sie neugierig sind. Oh, wie schmeckt das? An sich sind wir total uninteressant für die. Aber es ist halt wie Hunde, so ein Hai, weißt, die schnappen halt erst mal, um zu gucken, was da los ist. Na, gucke, wie es schmeckt. Wie heißt denn nochmal dieser, was ist das? Ich glaube, ein türkischer Komiker, der in der Schweiz lebt. Kaya Yana? Ja, genau der. Kennst du die Story von ihm im Bären? Bestimmt, aber zehnmal. Da war er in Kanada oder irgendwo war er gewesen. Und da waren sie auf so einer Tour und da hat der, wo sie halt da geführt hat, hat dann halt ein paar Storys erzählt und auch, was man machen soll. Wenn so ein Bär auf einen zukommt, da hat er die Leute gefragt, ja, was macht ihr, wenn so ein Bär sich auf einmal vor euch aufbaut und ihr genau so im Publikum schreit, in die Eier treten! Okay. Und der geht dann so ab, das ist so geil. Ich überlege wirklich mal, so ein Bär stellt sich vor die Augen und du trittst ihm in die Eier. Das gefällt dann. Ja, genau. Dann gibt der Bär natürlich auf, das macht dir nicht erst noch richtig gut. Da gab es auch früher immer was bei uns im MMA, gab es auch diese Witzbilder so, wie könnte man ein Bär in der freien Wildbahn bekämpfen, ne? Und so, ja, erst mal schaust dem Bär entschlossen in die Augen. Der Bär stürmt auf dich zu, richtet sich vor dir auf. Du gehst ganz schnell auf den Boden, kriegst zwischen seine Hinterbeine durch. Dann klärst du auf dem Rücken zu hoch und wirkst dir halt aus, ne? Also ein real naked joke. Und dann wartet es da, bis es vorbei ist. Und dann steht es drunter so, nee, eigentlich wärst du wahrscheinlich irgendwo zwischen Schritt 1 und 3 gestorben. Ja, wahrscheinlich ja. Weißt du, was man dann machen muss? Tatsächlich. Was? Man muss anfangen zu reden. Ja, und auf den Boden legen auch, oder? Ja, gut, totstellen, aber was ist, wenn das ein Arzt, was er ist? Oder stell dir mal vor, der ist dann traurig, weil eigentlich will er dich begrüßen und dann gräbt er dir ein Loch und begräbt dich da. Ja, ja. Oder er stopft dich aus. Und nicht auf die gute Art. Ja, aber ich glaube, bei Bären solltest du wirklich auf den Boden legen und nichts machen. Ja, aber auch reden, hat der Führer da gesagt, weil dann merkt der Bär, es ist ein Mensch. Ah, okay. Ja, gut, wir sind ja auch uninteressant eigentlich für einen Bären, ne? Ja, aber ich überlege mir, da kommt so ein Christli auf dich zu und du sagst, ey, guten Tag, wie geht's da? Ach Gott, Entschuldigung. Sie ist, Entschuldigung, ich habe gemeint, sie wären eine Seerobbe. Entschuldigung. Nein. Was? Ja, die Christli Bären und weiße Haie. Ja, 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 okay. Was ich auch lustig finden würde, bist du in Kanada unterwegs, ne? Oder kommst du ein Bär auf dich zu? Fängst du an zu reden mit ihm und dann so, ach, sie sind auch Deutsche. Ist ja schön, ich bin ein Braunbär aus Österreich. Hallo, servus. Ich weiß, wie das Einstand gehen würde, wenn der Bär redet. Joa, leck mich doch am Arsch! Das war doch dein Jugendtraum! Ja, genau. Christli Bären, Kanada! Ja, genau. Und wahrscheinlich würde bloß der Guide sagen so, sie sollten den komischen Pilz nicht nochmal essen. Wir haben sie mit den größten Fleischwunden aller Zeiten im Wald gefunden. War nicht so eine gute Idee, ne? War nicht nur ein Pfifferling. Und was man bei Bären nicht machen sollte, ist auf Bäume klettern. Ist eine ganz dumme Idee. Bären können nämlich sehr gut klettern. Würde ich nicht machen. Aber wenn ihr den Frill sucht, der kann sich ja noch einen Lachs unter die Arme klemmen oder mit Honig einschmieren. Dann kommt der Bär auf jeden Fall zu euch, glaube ich. Das wird ein Spaß. Ist der Flo noch da? Ja, ich bin noch da. Okay, es war gerade so ruhig. Ich habe gerade was gesucht, aber ich finde es gerade nicht. Das war so etwas Geiles gewesen. Deine Würde hast du doch beim Unterschreiben als Arbeitsvertrag gegeben. Oh, gut. Nein, es gibt ja so einen lustigen Comic. Ich finde ihn nur gerade nicht. Ich habe einen anderen gefunden, der ist aber auch gut. So eine Bärenfamilie sitzt am Tisch und im Radio. Ein Bär mitten auf der Straße. Fahren sie also vorsichtig. Ich wiederhole, ein Bär auf der Straße. Er versucht, die Autos anzugreifen. Und Mama Bär. Und ich wette, er hat wieder getrunken. Das ist ein Scheiß. Ich wette, er hat wieder getrunken. Ja, schlecht. Ach ja, stimmt. Wir sind auf das Thema über Haie tauchen gekommen. Genau, Käfig tauchen. Ja, irgendwie so. Netzer. Ja, mit Krokodilen irgendwie schwimmen gehen, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Dafür sind mir Krokodile zu sehr. Ich habe ja nicht schwimmen gesagt. Ich sage das in so einem Käfig. Ja, wobei du Krokodile, glaube ich, dann eher nur von dem Boot aus anschaust. Nein, wie gesagt, in Australien ist da wirklich irgendwo ein Zoo oder Alligatoren, keine Ahnung. Die bieten das an. Ja, nee, ich glaube, das sind mir Alligatoren oder generell Krokodil, Tiere. Krokodil, Tiere. Was ist denn die Überart? Alligato ist ja nur eine Unterart, oder? Von Krokodil. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass es da auch immer Streit gibt. Ja, auf jeden Fall. Die sind mir, glaube ich, ein bisschen zu aggressiv zum Teil. Wie gesagt, Haie, glaube ich, ein bisschen berechenbarer. Solange man die nicht provoziert oder so ein Quatsch, machen die auch nix. Und Krokodile sind unheimlich. Die können für Kurzzeit am Land über 70 kmh schnell werden. Aber auch nur geradeaus. Ja, trotzdem. Würde ich halt jetzt nicht unbedingt wetten, dass ich das Krokodil abhänge. Dann kletter auf einen Baum. Das ist dann schon der Bär. Weil Bär und Krokodil zusammenarbeiten, diese Fingern. Ja. Dann spring doch ins Meer. Da wartet der Megalodon auf dich. Der nach 10 Millionen Jahren wieder da ist. Wenn man denkt, wie alt Haie sind. Es gibt doch irgendeinen Hai in Grönland oder so, der jetzt weit über 200 Jahre alt ist, glaube ich. So ein Arktis-Hai oder sowas? Ja, ja, sowas. Das älteste Lebewesen der Welt ist ja eine Qualle. Wann ist das nicht? Irgendwie 1000 Jahre oder sowas? Aber da tue ich mich gerade. Auf jeden Fall eine ewig lange Zeit. Nein, so eine ewig lange Zeit war wirklich lange. Also die hat viel, viel erlebt. Okay. Ja, ja, aber irgendwas habe ich mir auf jeden Fall mitbekommen, dass eine Quale sehr alt wird. Aber gut. Ist halt auch in Anführungsstrichen eine sehr einfache Lebensform, ne? Deswegen. Ja, wenn die reden könnte, die wird viel erzählen, glaube ich. Ah, ja. Kennst du das mit dem, der Bauer, wo einsam auf dem Hof ist und da kommt so das Mädel, wo es sagt, ja, ich kann mit Tieren sprechen. Der Bauer lacht so aus und dann fängt sie an, mit jedem zu reden. Fragt, wie es geht und ob der Bauer gut zu mir ist. Und der Bauer fängt an zu schreien. Das Schaf lügt! Das lügt! Also wir springen echt teilweise ziemlich, also ja. Ja, mein Team-Hopping, mein Gott. Heute ist ein bisschen... Megalodon. Ja. Haie sind coole Tiere. So nachher schön könnte man ein Lieblingstier. Megalodon jagen. Oh ja. Ja, die sind doch ausgestorben. Ja, gern geschehen. Ja. Oh, was war denn das bei... Bei Davis Schulz war das doch. Mit den Zombies. Anakin, was machst du in deiner Freizeit? Ich bin Zombie-Jäger. Es gibt keine Zombies. Gern geschehen. Irgendwie sowas. Geh mit deiner Hand, ich will dich berühren. Nein, auch so spät schon, ich muss weg. Ja, Anakin, wenn du dich nicht anfassen darfst, ist ja kein Wunder, dass du nicht den Rang eines Meisters kriegst. Mhm. Ach ja. Die guten alten Star Wars verarschen von Davis Schulz. Kann man sich immer noch anschauen. Ist dann immer noch gut gealtert. Das Beste sind die zwei Droiden, die in dem abgeschossenen Kampfschat im Hangar stehen. Ich hätt gern eine Currywurst. Schaf. Ich finde aber auch die Batman-Dinger geil. Oh, er da macht. Ah, ja. Ah, Ukulele. Was? Wo warst du aus der Angst? Ah, Ukulele. Ah, Rennmöse. Nee, Feldmöse. Ja, Fledermöse. Genau das ist etwas, was Sinn macht. Deswegen hast du Angst. Deswegen hast du dich als Fledermaus verkleidet. Nein, nein, nicht Fledermöse. Feldmöse. Diese Feldmöse. Sie weisen eine überproportionale Fortpflanzungsrate auf. Und sie sind schnell. Oh mein Gott, so diese kleinen Viecher schnell. Okay, das war's. Ich facke sie ab. 70 kmh, schnell. Du bremst. Das ist nicht vollständig böse. Nein, ich finde es eigentlich ganz angenehm. Ja, die guten alten YouTube-Zeiten. Das ist echt. Ja, wo hat Superman auch auslacht. Was soll dieses blöde Symbol auf deiner Brust? Das ist das Symbol, das ist mein Zeichen. Das bedeutet Hoffnung. Ach, du Idiot. Hoffnung schafft man mit H. Ja, ja, ja. Stimmt. Wir haben mit Two-Face. Ja, genau. Was haben sie mit Harvey gemacht? Hey Harvey, wo bist du her? Wo warst du denn? Moment, kannst du mich nicht unterscheiden, weil ich, wenn ich mich in eine Richtung drehe? Wie kriegst du jetzt mein Gesicht an? Ah, Two-Face, was hast du mit Harvey gemacht? Hey Harvey, da bist du ja wieder. Guck mich an, welches Gesicht siehst du? Harvey-Gesicht. Und jetzt? Unheimliches Gesicht. Und wenn ich beides in die Mitte mache? Two-Face, ja, genau. Was hast du mit Harvey und unheimlichem Gesicht gemacht? Das war's. Dein Kopf brühe ich nicht um. Ja, wie willst du das ausrechnen? Ich werfe eine Münze. Ja, aber die könnte auch so landen und so. Und das müssen wir ja analysieren mit Wissenschaft. Naja, genau. Ich lege ihn einfach so um. Ja. Ja, wie gut, nein, Sachen. Ach, ja. Als Les Plays noch unschuldig waren. Ja, kannst du noch ... Und weil Titi noch was zu sagen hatten. Kennst du noch der True Blackie? Ja, das war doch der mit ... War das nicht der mit dieser YouTuber-Insel irgendwann mal? Ach so, du meinst ... Müssen kämpfen, Müssen verhalten, Müssen verhalten. Ja, ja, genau, das ... Hier ist das noch mal. Dieses ... Ja, ich fett's grad nicht ein, dieses Tribute von Parne mit YouTubern. Ja, da hab ich die erste Staffel tatsächlich auf DVD. Okay, nee. Das ... Also, ich fand's gut. Ich hab die zweite, glaub ich, noch angeschaut. Oder ein Teil von der zweiten. Und nach wurde's aber irgendwie nicht so ... Sagt vielleicht aber auch an YouTubern. Keine Ahnung. Oder am Konzept. Ich weiß es nicht. Meistens hat auch schon wieder ... Ich hab grad mal im Schrank geguckt. Tube Clash, ja. Die erste Staffel war geil. Die war ganz cool, aber auch, weil's was Neues war. Ja, die zweite war okay, aber ... Ja, alles, was dann gekommen ist ... War ein schönes Ende und alles, aber ... Voila. Also, nach der ersten Staffel hätte man beenden sollen. Das war schön. Ja, wir sind die Community. Ja. Das ist unser gemeinsames ... Das war so toll. Das war so ein geiles Projekt gewesen. Hm. Ja, kennst du noch Smosh? Sag mir was vom Namen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt ... Das waren zu dem Zeitpunkt, bis PewDiePie kam, mehr oder weniger, die erfolgreichsten ... Oder die größten YouTuber. Damals waren Amerikaner, und die haben halt auch viele ... Ja, Sketchvideos gemacht und teilweise Parodien auf Pokémon oder sowas. War auch ganz lustig. Ist mir grad bloß so eingefallen, weil ich überlegt hab, was gab's denn damals so alles. Ja, die hat's dann aber auch irgendwann mal nicht mehr gegeben. Aber gut, die haben ewig viel Kohle gemacht damals. Also, daher ... Ist okay. Würde mich jetzt interessieren, was die machen. Aber dafür reicht die Zeit jetzt nicht mehr. Ja, nochmal Anfang 20 sein. Das wird doch teilweise ein bisschen schöner. Aber es geht leider nicht. Wenn hier irgendjemand zuhört und weiß, wie man noch mal zehn Jahre zurück in die Vergangenheit reisen kann, wählt meine Nummer. Meine Nummer ist 555-Zeitmaschine. Danke. Ah! Was? Nix. Hätt ich dir den AFA machen sollen? Das war der AFA. 555-Nase. Oder lieber Al Bundy, 555-Schuh. Lustiger Funfact, die 555-Nummer ist in Hollywood-Filmen immer rein erfunden, weil es gibt in den USA zumindest keine Nummer mit dreimal der Fünf hintereinander. Das haben sie doch bei ... Squid Game. Haben sie doch einfach irgendeine willkürliche Nummer gemacht, und es war tatsächlich eine Nummer von einem Typen. Die mussten die Nummer sperren. Die mussten eine Szene am Anfang ändern. Haben sie nicht nachträglich einfach die Nummer geändert? Nee, sie haben die Szene rausgeschnitten, wo du die Nummer kurz siehst. Aber der musste trotzdem die Nummer ändern, weil, naja, eine der erfolgreichsten Serien, und das haben ein paar Leute gesehen. Aber ich finde es immer wieder geil, wenn du eine Nummer angezeigt hast, du rufst an und es passiert was. Es gibt bei God of War irgendwo eine Telefonnummer, ich glaube, im Zweiten war das. Also Zweites oder Drittes, und es geht einfach gratis dran und beschimpft dich. Das ist ja wenigstens cool dann. Das ist eine Idee, ja. Bei irgendeinem Science-Fiction-Game war auch so eine Telefonnummer, wenn du da anrufst, geht eine Anrufbeantworter, es tut mir leid, diese Nummer wird erst in 100 sowieso viel Jahren von der Firma so und so genutzt. Bitte haben sie einen Moment. Der Mitarbeiter wird in 154 Jahren für sie zur Verfügung stehen. Ja, ja. Ja, das stimmt. Ich glaube, ein Alien-Game war das, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. War das ein Alien? Ich weiß nicht. War das nicht dieses eine schlechte Alien zu Anfang der 2010er? Ich weiß es nicht. Was ist sogar das? Ich weiß es nicht. In irgendeinem von den alten Alien-Games war es, glaube ich, gewesen. Bin mir aber nicht 100% sicher. Ja, irgendwas klingelt da ganz tief im Hinterköpfchen. Vielleicht fünf Stammhirn. Ich würde sagen, das war es für die heutige Folge. Wir haben eine gute Stunde rumgebracht, sie hat komisch angefangen, wurde dann sehr gut, sie hat viel über Tiere gelernt. Und dann haben wir wieder das gewohnte, äh, äh, unteren Niveau erreicht. Ja, wenn wir schon den Megalodon suchen, dann müssen wir wirklich am Grund suchen. Vielleicht ist er auch am Grund des Meeres. Wir wissen es ja nicht, wo der Bubi ist. Vielleicht chillt er mit seinem Kumpels Angelfisch und Riesenkalmar. Ich wollte sagen, bestimmt mit einem Kalmar oder sowas. Und das sind in Wirklichkeit total die Buddies. Aber immer wenn da ein Mensch kommt mit Kamera, sprügeln sie sich. Äh, das ist wie beim Wrestling, weißt. Das ist wie beim Wrestling, weißt. So hinter den Kulissen. Ja, und? Heute Abend gehen wir noch ein Bier saufen. Ja, klar. Ey, Leute, jetzt seid ihr dran. Undertaker, ich würde dich vernichten. Nein, Ray Mysterio, ich hau dir aufs Maul. Halbige Stunde später. Und? Moment. Alkoholfrei oder doch isotonisch? Das ist doch in etwa. Hier, dein veganes Butterbier. Vielen Dank. Dankeschön. Hier, veganer Mad Eagle. Mmh, Mad Eagle. Ja, wenn der eine dann einen anderen Schwitzkasten hat, flüstert er, es tut mir mehr weh als dir. Ich weiß, tue es trotzdem. Ich weiß, es ist nicht so gemeint. Apropos, liebe Grüße von Marta. Vielen Dank, gib sie zurück. Du Hund, ich vernächte dich. Ja, ja, ja. Mal wieder im Schwitzkasten. Du, der kleine Timmy fragt, wann du mal wieder zu Besuch kommst. Er vermisst den kleinen Kevin. Ja, ja, am Wochenende, oder? Ja, da haben wir einen Auftritt in New York. Das Wochenende drauf. Nee, da sind wir in Las Vegas. Zwischendurch. Ja, genau. Der Stuhl, schnell. Der Stuhl. Ich hau den Rücken kaputt mit diesem Klappstuhl. Keine Angst, ich treffe weiter oben. Ich weiß ja, was du für Probleme am Ischias hast. Danke. Das erinnert mich an eine Szene aus The Wrestler. Hast du den mal gesehen? Nee. Ja, da ist ja auch Mickey Rook dann ein abgefuckter Wrestler, der die besten Tage hinter sich hatte. Da sprechen die sich halt auch immer so ein bisschen ab, ne? Und dann gibt's irgendeinen Kampf. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann ist Mickey Rook auf seinen Partner halt zauern. Was war denn der Scheiß mit dem Tacker? Wir haben gesagt, wir machen das nicht mehr. Irgendwie sowas. Ja, ansonsten ist es ein sehr trauriger Film eigentlich. Aber gut gemacht. Gut gemacht, aber traurig. Aber das war echt gut. Was soll das mit dem Tacker? Machen wir nicht mehr, geil. Ja, irgendwie sowas. Aber gut. Flo, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Ende. Okay, das kam jetzt überraschend. Aber gut. Ja, liebe Leute. Das war's dann. Und ja, um es mit froh Worten zu sagen. Ende. Ich auch mit V. Mit Ö. Bis später, Silje. Ende. Bis zum nächsten Mal. Ende. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.